Hallo meine lieben Freunde, hier zur Pokémon-Sonne aus der Sterwa, die aus dem zweithöchsten Berg. Und ja, wir haben Chris Prüfung bestanden, Elektro-Kristallhammer. Oh mein Gott, und jetzt gehen wir den Berg hinab und möchten natürlich alle Trainer hier noch klatschen. Oh ja, ein paar Trainerklatschen. Ist das was? Da kann alles runterlaufen, aber... Hä? Da ist noch eine TM. Wo war der Trainer? Nein, da ist auch noch eine TM. Äh, Turbo Ball, besser gesagt. So, Turbo Ball. Genau, nur Flutball. So, neue Pokémon. Und wir haben hier unsere Entwicklung fertig. Tektas, ich hoffe, du bist schnell genug. Schauen wir mal wieder, was für Pokémon hier. Auf uns warten. Und... Ein Methenu. Fangen wir, weil es ein neues Pokémon ist. Methenu. Oh, scheiße, ich töte das wahrscheinlich mit Sieterwasser. Schimpfgestein, ne? Oh, schade. Sorry, Methenu. So, viel AP. Sorry, Methenu. Ah, suchen wir gleich nochmal. So, was liegt hier? Volt wechseln. Oh, schöne Attacke. So, was gibt's hier noch? Und... Es kommt... Tarnhell. What? Krass. Man kann hier auch damit Angst machen. Tarnhell. 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 Es war irgendein... Großes Geräusch gerade. Was kommt? Hier, noch. Und... Ein Methenu. Oh. E-T... E-E-E-E-E-E-No. Oh, 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 oh. Überrempler. Überrumpler. Boom. Natürlich. Dein Ernst. Dein Ernst, Methenu. Mach da einfach mal Finale. Wieso nicht? Warum nicht? Läuft bei ihm. Gönn dir. So. Ibitak gibt's ja auch noch. Wie schnell er will Ibitak? Weiß ich nicht. Ja, bin ich. Oh. Ich bin nur noch mit Tenofang. Bitte. Bitte. Dem. Dem. Natürlich kommt es ja keins mehr. Es hat sich umgebracht. Es kommt keins mehr. Ibitak. Was geht bei dir? Oh, du kleiner... Kratz. Tschüss. Ibitak. Badadadadadadam. Bum. Badi. Bude. Bum. Bum. Bam. Methenu. Bam. Tiktos. So. Hältst du eine Dunkelklaue aus? Oder das hältst du aus? Locker. Der Dunkelklaue sogar. Stärker. Ich greife jetzt doch mal an. Und du darfst kein Finale machen. Okay? Mein Freund. Sternschau. Jetzt soll man schneller weg. Okay. Egal. Du bist noch am Leben. Das passt. Dem Shit von Methenu wirkt. Bus. Dem Shit wird aufgehoben. Was nehme ich denn da für einen Ball? Ja, mein Hippaball. Hippaball. Los. Boom. 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 Und. Gefangen. Yeee. Methenu wurde gefangen. Äh. Und. Paproosel 35. Und nun Eintrag in den Pokédex. Zack. Seid ihr voll? Methenu. Krieg es schriert. Schau das Pokémon, das du gefangen hast. Genau. Es ernährt sich von Partikeln in der Atmosphäre. Die Farbe eines Kerns. Abhängig von der Zusammensetzung der Partikeln des Grifffrisst. Okay. Ja, das haben wir es heute gefangen. Das ist eigentlich eine Pokémon, die man fängt und sonst wahrscheinlich nie benutzt. Ja, solche Pokémon gibt es halt auch. Da ist mal gerade ein Ibitak. Was ist das hier? Kommen wir auch Trainer? Ich weiß es nicht. Aber Slimer muss. Nachholen. Hat noch vier Level ungefähr. Ja. Leute, warum ist das? Weißt du, wir wollen es was geben. Aber. Hey. Du, du Wanderer. Jetzt sage ich ihm mal was Trainer. Wir Wanderer, wir lieben es zu kämpfen. Okay. Okay. Wanderer Herbert. Herbert mit Senimatur. Gegen ein Slimer. Das kommt nicht so gut. Raus mit. Oh, mannt jeder. Kann man drücken, Slimer. Los. Bäh, bäh, bäh. Felswurf. Au. Das macht man nicht. Auf damit. Auf damit. Genau. Immer fünfmal. Blütenwirbel. Natürlich hat es Robustheit. Warum auch nicht? Nebstelle. Natürlich. Natürlich. Und Blütenwirbel. Treffe natürlich nicht. Natürlich. Eine Lebensschalt drin. Nichts mehr treffen. Oh, man. Genau. Der Schaden. Und der trifft der immer so oft. Das ist der Hammer. Wie oft hier. Wenn ich so Attacken habe. Treffe ich vielleicht da. Zweimal. Okay. Vier, fünfmal. Heimer. Tschüss. Bödes Fiech. Kleinstein. Kleinstein. Oh. Ah, Alola Kleinstein. Hallo, Alola Kleinstein. Hat auch Robustheit. Natürlich. Tarnsteine. Oh. Badadadadadadadadadadadadada. Bödeser. Tschüss Alola Kleinstein. Jetzt auch. Ich glaube, Alola Kleinstein. Ist ja. Stein. Elektro, oder? War auch cool. Alola Kleinstein. Aber ich habe keinen Platz. Obwohl eigentlich. ja ich könnte natürlich weil ich habe ja mit ihm und jetzt ich habe zweimal feuer drin muss ich gucken ich so viel noch reinnehmen aber weiß einfach nicht so cool was du alles deswegen weiß man nie was man mitnehmen soll es gibt zu viel kann man das thema höhen auf zwölf mitglieder was die btag das tag die tag die tag die tag statt sondern tag tschüss im tag mach's gut wir sehen uns irgendwann wieder und ein schwerball kann ich sicher foto machen natürlich wo kann man sowas aktiviert guck mal ein tarnhüll gefällt mir gefällt mir ja doch sehr schön kann leider sehr schön aber ich habe noch einer war nicht so schön weiß gar nicht welches war schön 30.000 war aber noch einmal ist einfach so schlecht pokémon pokémon schießen genau foto schießen gefällt mir das schwebt halt so scheiße aha fällt mir nicht schlecht und ja jedoch sehr schön wenn das letzte ja 30.000 ja unser pokémon sucher ja ich hab den schon sie noch was hier irgendwie und trainer habe ich gar nicht gesehen beim kampf gegen das einmal kann man mehr über seine pokémon lernen nicht schlecht oder was wirklich sammler philip mit quatermark was das was bist du quatermark keine ahnung was das sein soll es pflanze? kampf? holy check! au! so! sieh der wasser! boom! burn! nein! genau was sieh der wasser! quatermark! prügler! au! au! ja! quatermark! get down! tschüss! und level up! yes! tektas geht voll ab! eisenabwehr! nein! kommanduta! ah! die weiterentwicklung? keine ahnung! weiß es nicht! ich tausche trotzdem mal! komm mal zurück! oh schleimer! du musst dich bald entwickeln! ah ja 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 ja! ist die weiterentwicklung? wo ist das jetzt? das ist die frage! ränkeschmied! nein! hör auf! der zahlangriff steigt! vergift ihn! vergift ihn doch! ränkeschmied! äh! okay! du 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 du! giftzahn! zack! giftgriff! ja! haha! tja! kommanduta! kommanduta! knischer! und! rengeschmied! okay! warum? wieso machst du das? warum? komm! ja! ach das wär sogar Psycho-Pokémon, hä? tschüss! und! level up! ja! mann! ja! mann! auch noch! ja! sowas blödes! muss ich mir wohl immer! jetzt bis an zu tron dabei war! ist mein letzter Ast im Ärmel! da 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 da! was war das für zwei Pokémon? war das jetzt die entwicklung oder was? ist keine entwicklung! ist die da unten? Gras! oder sind die hier im Gras drin? gibt's die im Gras vielleicht? ebitak! nee! sorry ebitak! tschüss ebitak! du bist entkommen! sowas von entkommen! so! das gibt's ja noch! 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 das magma! okay! dann kann ich erst mal da die Dinger sind lang! wo ich da runter springen kann! sicher magma's! was? was kommt jetzt an? wieder ein ebitak! willst du mich verarschen? ebitak! ebitak! ist doch gescheitert! natürlich! ich fliehe! tschüss! rückzug! rückzug! oh gott! ein wildes pokémon! mit tenu! mit tenu! du bist entkommen! sowas von entkommen! bis du entkommen bist! und ein top-trank gibt's noch obendrauf! ah! was ist hier? ach nichts! okay! und natürlich nochmal! was wildes! muss doch sein! ditto! ditto! hallo ditto! was ist los bei dir? tschüss ditto! machs gut! ditto! der wahnsinn! so! ich hab ja so viel zeug gekriegt! du kriegst mal einen super trank! einfach weil es kann! und bei kosmetover serval da hab ich noch den Volt wechsel! der mir nix bringt! weil ich sie nicht einsetzen kann! maske professors! und das! okidoki! zack! slimer wieder vor! ja! drei level! slimer! selbst im tropischem klima von der rüder kann es auf dem blick ganz schön kalt werden! aber ich geh ja mit Glück zu meinem magma mitgebracht! haha! maaa! danke dass du cocai bus nimmst! ah! hier kam ich runter! ok! da war's das hier schon! mit allen tränern! dann werde ich hochrennen und gegen den gerl kämpfen! bam bam! 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 ah ja! dann haben wir es zählt, dass ich mit allen tränern auf dem hohen körper besiegt habe! aber warst du das? nicht schlecht für einen jünger trainer wie dich! das gefällt mir! he he he! bevor wir anfangen sollst du wissen, dass ich z-kraft einsetzt werde! bist du bereit? ja! ich koche vor spannung! ich entschuldige mich voraus was dafür, dass mein Pokel sich nicht zurückhalten wird! ah! echt? ah ja! was hast du denn? Gungolf! Gungolf! Absol! Absol! wo ist das? mit Unlicht! Unlicht! mit Unlicht! Unlicht! Schlitzer! was? was? Giftgriff! haha! der Gift schadet dir, mein Freund! tja! scheiße! hä? äh! weil du Unlicht-Sache machst! Stange ist an! Knugger! das hat keine Wirkung, hä? shit happens! das Gift wirkt! und es wird dich töten! langsam! z-kraft! okay! Absolute Z-Kraft! gegensetzt Z-Kraft! Schwarz Loch des Grauen! Oh nein! Aua! Wuss! Das war Knugger! Oh! Mann! Knugger! Nein! Ach! Pampros! Komm! Mach fertig! Pampros! Mach einfach! den Rambos! haha! Nachtheben! Das ziert mich alles nicht! Volltreffer! Absolut! Hammer! Rambos! Boom! Tschüss Absol! Mach's gut! Verloren! Ich ertrinke in einem Flut aus Gefühlen! Am liebsten würde ich meine Frust daraus schreien! Pfff! Tja! Du hast ein paar ordentliche Pokémon! Ich sollte dir wohl davor danken, dass du es so gut unterhalten hast! Hier, das ist für dich! Standbauke! Juuu! Nur Tränen mit dir tiefer Bindung zu ihren Pokern könntest der Kraft nutzen! Ich stirbe beispielsweise mein Pokémon hier als meine Familie! Okay! Können wir noch heilen! Wir haben deine Pokémon! Mach mal! Bumm! 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 Danke! Uh! Wir kommen bald wieder! So! Jetzt müssen wir runter! Mit dem Busele-Fahre! Mit dem Busele-Fahre! Kann auch fliegen! Stimmt eigentlich! Aber ich will gucken, ob sich was verändert! Ah! Ja! Pokémon! Bumm! 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 Ich muss nicht ansteigen! Es regnet auch noch! Es hat angefangen zu regnen! Was?! Dein Ernst! okay dann ist hier nichts mehr der sein können da war da so müssen wir zum professor kukui der auf uns wartet so in den zielgarten rein okay und da vorne stehen schüler tipps galo man aber das liebe freunde wir haben im nächsten paar tun ich hoffe ihr seid wieder dabei bis zum nächsten mal so